Erst um neun, Normado. Jetzt nicht mehr. Hallo YouTube und willkommen zu einem weiteren Gameplay in der Airsoft-Halle in Ilmenau. Diesmal bin ich komplett mit meinem Ghost-Commando Airsoft-Team unterwegs und ich hoffe, ihr habt viel Spaß. Wir spielen Team Deathmatch und Capture the Flag. Viel Spaß. Drei? Drei? Ja. Drei, 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 hoch! Drei, drei, hoch! Drei, drei! Drei, 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 zwei, drei! Okay. Wir haben null Chancen. Huh? Fiena! Fiena! Das war ja mega. Wir haben ein High Catch bekommen. Ja. Okay. Drei, 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 los! Schleller, schneller! Schleller! Schleck! Hallo, ich bin da draußen. Schleller! HIT! Achtung! Schild! Schild ist im Erdgeschoss am Gebäude. Spiel hinter! Wo gehst du hin? Ich geh mit rein! Warte, warte, die sind schon drin! Die Kirche sind schon drin! Haus rechts! Die Kirche sind schon drin! 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 HIT! Die Kirche sind schon drin! HIT! Die Kirche sind schon drin! 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 Was ist denn los? Super. Hat gut geklappt. Ich werde zu alt für sowas. Die gehen links raus. Ja. Hits! Ja. Er hockt. Wir schießen ab, laufen. Die Flagge ist im Erdgeschoss. Kevin. Antonio, Flagge im Erdgeschoss. Wo sie dir? Flagge im Erdgeschoss. Erst um 9 Uhr. Jetzt nicht mehr. Los! Jawoll! Einwandfrei. 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 Und wo wurdet ihr denn getroffen? Von dem Auto. Von dem Auto. Super. 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 Super.